Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Boah, echt? Ist das wichtig? Ist das nötig jetzt? Das hat mir schon sehr gut gefallen, einfach so beim Lesen. Ach ja? Würden Sie das denn dann auch spielen? Also wäre das auch der Partner? Der wird deutlich jünger sein. Und bitte? Ich bin nicht hysterisch, ich leide. Und nicht hysterisch sein. Und Cut! Das ist kein So. Das merkt man sofort. Das klemmt. Die Sprache ist nur transportmittelfähig. Das glaube ich nicht. Herr Strassner, wäre das okay, wenn die Hanne ein bisschen Make-up runternimmt? Ich hab Rund eintragen. Bereit? Läuft. Und bitte. Gervin? Ja, ich bin bereit. Du müsstest jetzt... Na, sie beginnt doch, oder? Nein, wir haben das geändert. Lass uns das erstmal machen. Erstmal so ein bisschen Betriebstemperatur kriegen, oder? Und du spielst jetzt hier mit? Ich spiel' da mit, ja? Er spielt nicht wirklich mit, er macht nur Anspielpartner fürs Casting. Bist du wahnsinnig geworden? Bist du wahnsinnig geworden? Dass du unseren Hauptkassel zerknallst hier! Ich lieb dich so sehr. Warum bist du so gemein zu mir, Karl? Wenn wir jetzt ersthaft sprechen, hab ich das Gefühl, dass ich einiges vom Kano mitbringen würde. Bist du eigentlich bisexuell? Also spielen sie oder spielen sie nicht? Ich spiel' ja, ich spiel' ja! Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja? Soll ich noch was probieren?